Ich habe gestern mit Jeremy Hunt telefoniert. Ich habe heute auch mit Jean-Yves Le Trion noch einmal darüber gesprochen. Wir sind uns einig, dass wir uns der Strategie der Vereinigten Staaten, der Maximum Pressure Strategie, nicht anschließen wollen. Wir wollen keine weitere Eskalation, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es Vorfälle gibt, mit denen man umgehen muss. Die britische Regierung wird heute im Laufe des Tages noch einmal sagen, wie sie damit umzugehen gedenkt. Wir haben verabredet, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien sich bei dem Thema sehr, sehr eng abstimmen. Für uns ist wichtig, dass neben den Maßnahmen, wie man den Gefahren in der Straße von Hormuz begegnet, auch die diplomatische Karte weitergespielt wird. Insbesondere, glaube ich, wird es notwendig sein, die Golfstaaten irgendwann auch an einen Tisch zu bringen, um über die Fragen maritimer Sicherheit zu reden. Alles muss dort mit im Blick behalten werden und wir dürfen keine Schritte gehen, die ein Beitrag zur Eskalation sind. Was wir brauchen, ist Deeskalation und das ist allerdings auch bei dem britischen und bei dem französischen Kollegen die gleiche Auffassung. Wir gehen bis zum nächsten Mal. Executiveention